Ein herzliches Goodkick in die Runde und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Vor genau einem Jahr habe ich schon mal so ein Video gemacht, wo ich euch verraten habe, welche Spieler der VfL Wolfsburg holen muss, um nächstes Saison in die Champions League zu kommen. Und lustigerweise hat sich der VfL Wolfsburg jetzt wirklich für die Champions League qualifiziert. Bestimmt nur durch mein Video. Nein, Spaß beiseite. Der VfL Wolfsburg hat letzte Saison eine sehr starke Saisonleistung gezeigt und ist verdient das dritte Mal in ihrer Vereinsgeschichte in die UEFA Champions League eingezogen. Trotzdem gibt es einen Wechsel auf der Trainerbank. Oliver Glasner geht nach Frankfurt. Es gab einige Meinungsverschiedenheiten mit Sportdirektor Jörg Schmattke. Die beiden sind schon etwas häufiger mal aneinander geraten und mit dieser Streitigkeiten nicht eskalieren und es am Ende noch Unruhen im Verein gibt. Hat man den eigentlich noch bis 2022 laufenden Vertrag mit Oliver Glasner beim VfL Wolfsburg aufgelöst. Jörg Schmattke hat allerdings sehr schnell reagiert und hat mit den Niederländern Mark van Bommel einen neuen Trainer vorgestellt. Im heutigen Video greife ich mal Mark van Bommel unter die Arme und ich zeige euch, welche Spieler der VfL Wolfsburg kaufen oder vielleicht auch abgeben muss, um nächstes Saison sich wieder für die Champions League zu qualifizieren. Fangen wir an mit der Torwartposition. Dort finde ich ist der VfL Wolfsburg sehr stark besetzt. Mit Castils hat man einen Top 4 Bundesliga Torhüter und mit Pavao Perwan hat man einen sehr guten zweiten Torwart. Der, wenn er mal zum Einsatz kam, eigentlich Kuhn Castils gut vertreten hat. Dann gibt es noch als dritten Torhüter Niklas Klinger. Ich weiß nicht, was ich von ihm halten soll. Klar, der ist seit 2003 bei einem Verein. Kleinen Legenden-Status hat er beim VfL Wolfsburg. Trotzdem würde ich ihn vielleicht verleihen oder ihn als vierten Torhüter einplanen. Als dritten Torhüter würde ich mir lieber Ron Torben Hoffmann aus der FC Bayern-Jugend holen. Ron Torben Hoffmann ist mit 22 noch relativ jung, wird höchstwahrscheinlich bei Bayern München absolut keine Rolle spielen, und weil Pavao Perwan mit seinen 33 Jahren nicht mehr der jüngste ist, könnte man Ron Torben Hoffmann vielleicht erstmal kaufen, ihn dann irgendwo hin für ein, zwei Jahre zu verleihen und ihn dann vielleicht für die Zukunft als Castils-Backup einzuplanen. In der Rechtsverteidigung ist man mit Kevin Embargo, Riele Barco und William gut aufgestellt. Trotzdem würde ich mich nochmal nach einem neuen Rechtsverteidiger umschauen. Denn ich denke, mit Barco hat man letzte Saison einen absoluten Top-Transfer gemacht. Wirklich, der hat super Leistung gezeigt. Der hat letzte Saison mit dem VfL Wolfsburg grandios gespielt und hat gezeigt, was er kann, und wird aber für mich sehr wahrscheinlich wieder als Flügelspiele eingeplant. Embargo hat damit eigentlich die realistischsten Chancen auf den Stammplatz in der Rechtsverteidigung, wird, wenn nichts passiert, jedes einzelne Spiel in der Bundesliga spielen. Dahinter wird es leider durch den erneuten Kreuzbandriss von William sehr dünn. Und falls sich mal Kevin Embargo verletzt würde, würde der VfL Wolfsburg ohne Rechtsverteidiger dastehen. Deswegen wäre ein Transfer von Felix Agu vom SV Werder Bremen zum VfL Wolfsburg sehr sinnvoll. Der 21-Jährige kann zwar in der zweiten Fußball-Bundesliga eine Stammposition bei Werder Bremen bekommen, aber anscheinend wäre Agu von einem Wechsel in die Bundesliga nicht abgeneigt, auch wenn er nur auf der Bank sitzen würde. Werder wäre auch nicht abgeneigt, ihn abzugeben, denn Bremen braucht wie gewohnt die Kohle und spielt gerade in der zweiten Liga, könnte wichtig sein, vielleicht für den Aufstiegskampf, um zu überleben. Ja, keine Ahnung, was die damit wollen. Scheiß 2-League ist kapper. Und wenn der VfL Wolfsburg vielleicht 3-6 Millionen für ihn zahlt, würde den Wechsel eigentlich nichts im Wege stehen. In der Linksverteidigung sehe ich keine Verbesserung, da braucht man keinen Spieler mehr kaufen. Das einzige Diskussionsthema, die man dort hat, ist, wer den Stammplatz bekommt. Und ich glaube, das Rennen macht Paolo Ottavio, der letzte Saison eine gute Saison gespielt hat, und eigentlich nur den verletzten Jerome Roussillon ersetzen sollte und jetzt Jerome Roussillon auf der Bank verdrängt hat. Ja. Kommen wir zur Innenverteidigung. Da glaube ich, wird sich sehr viel ändern. In der Innenverteidigung hat man Brooks, der höchstwahrscheinlich Stammspielen wird. Dann hat man sich noch für 14,5 Millionen Sebastian Borneau vom 1. FC Köln geholt. Der wird sicherlich auch von Anfang an spielen. Dann bleibt noch Lacroix und Marin Pongrasic übrig. Marin Pongrasic plane ich als Backup für Borneau und Brooks ein. Und Lacroix würde ich gerne behalten, aber ich glaube, dass man ihm für viel Geld an Tottenham oder Borussia Dortmund verkaufen wird. Deswegen würde ich mich noch um einen zweiten Backup für Sebastian Borneau und Marin Pongrasic wünschen. Mein Wunschspieler wäre das 20-jährige Abwehrjuwel Miki van de Ven. Miki van de Ven ist ein gelehrter Innenverteidiger und gilt in seiner niederländischen Heimat als großes Talent auf seiner Position. Van de Ven spielt beim niederländischen Zweitligist Woldendam und ist trotz seiner jungen, knackigen 20 Jahre schon Kapitän seines Teams. Für 2-3 Millionen Euro könnte man ein riesen Schnäppchen machen. Wo man sich noch dringend verbessern muss, ist im zentralen defensiven Mittelfeld. Dort können beispielsweise Savas Schlager und Maximilian Arnold spielen. Allerdings sehe ich sie im 3-4-3 eher etwas offensiver. Und Elvis Riechpitscheid, der Leihrückkehrer vom 1. FC Köln, ist leider aktuell verletzt. Der einzige, der noch in Frage kommen würde, wäre Joshua Gülavogi. Allerdings finde ich ihn nicht gut genug für die Startelf. Und ich würde ihn eher auf die Bank setzen. Mein Plan für die 6er Position ist Thomas Delaney von Borussia Dortmund. Thomas Delaney hat mit Dänemark bei der EM ein super Turnier gespielt. Er hat 100% alle Spiele für Dänemark absolviert. Spielt bei Dortmund eh keine Rolle und vielleicht könnte man sich da vielleicht auf eine Laie einigen. Im zentralen Mittelfeld können wir eigentlich schnell machen. Dort habe ich Maximilian Arnold als neuen Kapitän und Savas Schlager in die Startaufstellung gestellt. Als Backup habe ich Yannick Gerhardt und, wenn er wieder fit ist, Asta Franks, den man von KV Mechelen geholt hat. Auf der rechten Flügelposition wird, wie gesagt, Riedle Barco einen Standplatz bekommen. Und als Backup habe ich Renato Steffen eingeplant. Auf der linken Flügelposition habe ich Jens-Peter Hauge als Josep Prekalu ersatz. Jens-Peter Hauge ist ein 21-jähriges norwegisches Talent und hat schon bereits drei Länderspiele für die norwegische Nationalmannschaft absolviert. Der VfB Wolfsburg hat schon seit längerem Interesse an den 21-Jährigen gezeigt und der AC Milan ist auch nicht abgeneigt vom Abgang des Norwegers. Allerdings gibt es mit Frankfurt und den VfB Stuttgart noch andere Interessenten und unter die von AC Milan geforderten 15 Millionen werden die Niedersachsen den Norweger nicht bekommen. Als Backup hatte ich eigentlich Josep Prekalu eingeplant. Allerdings, wie ich mitbekommen habe, möchte er gerne den Autoclub verlassen. Deswegen habe ich als Backup Charles Abbey von Arsont Etienne genommen. Der Franzose ist eigentlich gelernter Mittelstürmer, aber kann auch ruhig links außen spielen. Und wer meine FIFA Karriere Streams verfolgt, hat bestimmt mitbekommen, dass ich ihn jedes Jahr mindestens einmal kaufe. Im Sturm habe ich Wout Weckhorst. Ich kann mir wirklich sehr gut vorstellen, dass Weckhorst dieses Saison beim VfB Wolfsburg bleibt. Vor allem, weil er mit Marc van Bommel mal einen Niederländer als Trainer hat. Und dazu kommt noch, dass er mit dem VfB Wolfsburg mal Schemitz League spielt und dass er auch dort eine große Rolle spielen wird. Oder sind wir mal ehrlich, er wird jedes Spiel für den VfB Wolfsburg spielen. Ja und als Backup für Wout Weckhorst sehe ich, klar, Maximilian Philipp. Der ist gerade von Dynamo Moskau zum VfB Wolfsburg gewechselt. Sonst gibt es noch Lukas Emetscher und Bialek. Bialek ist leider verletzt und Oma Mamouche Ginczek. Ja, Mamouche würde ich verleihen und Ginczek würde ich irgendwie loswerden. Keine Ahnung, warum man den mal geholt hat. Ja Leute, jetzt kommen wir zum Ende des Videos. Hier seht ihr nochmal in groß die Aufstellung, wie ich das machen würde. Welche Spieler ich holen würde. Welche Spieler würdet ihr holen, welche würdet ihr abgeben. Welchen Spieler würdet ihr nicht so gerne hier beim VfB Wolfsburg sehen. Wie findet ihr allgemein den Kader, den ich hier zusammengestellt habe. Wo wird der VfB Wolfsburg diese Saison landen. Ich glaube damit wäre die Champions League Qualifikation zumindest möglich. Und vielleicht auch das Überstehen der Gruppenphase. Was ist eure Meinung? Das war's mit dem Video. Bis nächstes Mal und ciao.